Hey, wieso? Wieso nur Wochenende only? Damn! We live it! Macht gar nix! 10.45% Digga, wird er beide Top-Season sehen? Was ist? Auf geht's, Wuchsbaum! Ben schreibt einfach, ich checke nicht, wie ich noch auf Arbeit klarkomme. Oh, okay! Wir haben trainiert! Was ist Disfrack von Wuchs? Das ist, glaube ich, der Maxi-Disfrack von Wuchs. Genau! Maxi, also... Maxi, ist Grozenland oder wer? Gönn dir Hart! Du darfst nur die ersten paar Worte erinnern. Danach ist es zu schlimm. Danach ist es absolut die Zerstörung. Du hast ihn aber gehört! Ja klar! Ich hab ihn nicht gehört! Ich hab ihn nicht gehört! Das muss man füster, das darf man nicht laut sein! Wieso, dann sagt der da so schlimme Sachen! Also... Naja... Ich glaub, es ist zu gut, aber ich verrat's dir heute auch, wenn wir noch mit ihm kommen. Okay, okay! Mit zweiter Wien hast du schon getrunken? Zwei... Naja, okay... Ja... Naja... Ich kann ihn doch beherrschen! Das ist doch gut! Ich muss jetzt nicht gewiesen! Gehst du hin? Ich gehe einmal hin, ja, weil ein Kumpel dann den Tisch gewonnen hat. Digga, das ist halt so schlimm, dass man dann den Tisch gewonnen hat. Das ist halt schon anderthalb Minuten vergangen, und das ist der erste Worte. Okay, also wenn man den Tisch gewonnen hat, kann ich das nicht verstehen. Ich guck's gut gegen ihn. Zwei Massen und ein Essen umsonst. Ja, okay, also denn jetzt auch eine sexuelle Bewässigung mit dabei. Du wirst auch einfach von einem alten Mann im Schritt angepasst. Ja! Oder von einem Flüchtling! Let's go to Marx! Nee, 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 nee... Du bist... Flüchtlinge dürfen doch gar nicht auf so einen Kumpel setzen. Nee, ich will nicht so viel Medienpräsenz. Lieber von einem Deutschen dann. Wenn man... Was geht ihr dran? Es geht im Ober... Oktoberfestvergewaltigung. Ja, da hab ich auch Angst vor. Wie viele sind echt bei mir? Also, als besorgter deutscher Bürger hab ich da schon Angst vor, wenn da so... Tausend Minutes! Wenn der solche Google auch... So eine Musel fährt... Hey, aber auf jeden Fall. München... Das geht scheiße. Ja, auf jeden Fall. Münchenkotz.de Münchenkotz.de Alter, aber echt. Was? Na München in der Wiesnzeit ist einfach nicht wie München. Ja, ja. Es gibt auch so eine Seite, glaub ich, der ist Münchenkotz oder so ein Blog. Da werden die ganze Zeit Bilder von Leuten im Rumpeladen, die gerade kommen. Das ist so wie wenn du so einen Wobler in der Region hast. Wenn du einsteigst in den U-Bahn, dann hast du dich nach Kotz, hast du gewonnen. Echt? Ja. Ich dachte, in München ist alles sauberer. Ja, aber nicht an der Wiesnzeit. Achso, nochmal. Das ist halt wichtig. Es darf nicht sauber sein, während der Wiesn. Deswegen seid ihr auch hier. Wegen der Wiesn. Wegen der Wiesn. Ja, du musst gar nicht weg. Das ist nicht die Wiesn. Das ist nicht die Wiesn. Das wird so lange dauern. Warum verteid ich das überhaupt? Du bist aus Bayern. Du bist aus Bayern. Es ist der Kranken, ich bin hier aus Bayern. Es ist der Devisor. Oh, das war eine... Du kannst das auch alleine, oder was? Kranken braucht es euch nicht. Und? Kranken ist über Bayern. Es dauert halt richtig lang, das Zettel. Das ist die längste drei Minuten meines Lebens. Das ist das erste Mensch. Teil ihn aus. Längste drei Minuten meines Lebens. Oh! Oh! Ja und nie so... Also... L! 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 L!!! L! 1M1 1M1 Er hat direkt mit Berggers angefangen Bayern ist richtig in Schambles Das ist die beste Timeline ist, dass Ovis dritter an seinem Pool gewonnen ist damit er gratis gegen Buchsbaum gewinnt Buchsbaum kommt schnell Reiß die Zamp Reiß die Zamp 2-0 Achso, Entschuldigung Ja, äh Ich, äh Das schießt immer Ich hab noch nie was anderes gemacht Das nächste ist besser Fucking Bruder Holger ist da Let's go Holger Wie findet ihr den Counterpick von nochmal FD? Lit Ich hasse dich mal in Schau da an Holger von Silit Tschüss Alter Geld Junge gegen Best auf 5 ist jetzt, ne? Die wir gestoßen werden ist Abfall Raw Stream gegen Ous Best auf 3 Wie viele Launen schauen zu? Kann man das sehen? Ja, äh Klick mal da drauf Scheiße so eine Das ist die Viewerlist Oh, oh shit, das sind echt viele That's fucking dope Alter, das sinkt Tyra, was geht ab, Alter? Wer ist noch so da? Luma 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 RIG Ey Leute Ihr seid, ihr seid voll die Bastard Ey, jetzt kann ich auch reden Wir haben vorhin gespielt, ihr hab euch gefickt Da ist der Duke im Chat, bitte Duke Der Duke Keine Deeps, bitte Duke Keine Deeps, bitte Duke Keine Deeps Let's go Mach mal ganz kurz Ey, ihr seid übrigens Ziemlich hin Ey, wie steht? 1-0 für Schmofis 1-0 für Schmofis 1-0 für Schmofis Mach mal bitte, älter das mal Da oben Und dann auf Update Auf Windows Update Windows Office Arturs Erklärung Arturs Erklärung Es tut mir leid Einmal erklärt Einmal gefickt Einmal gespielt Einmal gefickt Einmal gefickt Einmal erklärt Einmal gelogen Was? Einmal tiefsgegeben Ist halt alles so gut Jawohl, Schulz, du geiles Zauber Und jetzt dieser AB-ismus hier Du musst das nicht so nah ranmachen Ich glaub, die hören das alles schon Doch, das muss ich Lass das stehen so Sonst hört, dass dir keiner Du musst dran lecken am Mic Du musst es deep-floaten Ja, das ist okay, aber halt Lass einfach stehen Schrei nicht nur Du? Was? Nicht ins Mikrofon schreien Was sagst du denn mit Dark Timmy hat bei Waving 2 mit legitim gegen Power Einfach in die Hand Wie seid ihr Hand gestochen? Hab ihm fast geschlagen Weißt du, er sticht dir in die Hand Und du schlägst ihm nur fast Mit seinem Pimmel Ovis wird gebummst Hab ich gesagt Und Digga, der Counterpick Ist einfach legit gut Auch wenn sie gleich ist Ja Oh Oh Aber keine dicken Titten Ja, ab geht's Ovis Ja, er lebt Oh, starker Aber Kartoffelsalat Starker Abs Ja, Mann Starker Matze Thomas, ich bin dir gleich Dicke wie die Jette Und starker Matze Ja Digga, was Was ist eigentlich dieser Talk die ganze Zeit? Was denn? Ja, weiß ich nicht Jetzt sag mal, wie talkst du eigentlich mit mir? Am Talken nie wieder mit Team Media Digga, das war das längste Set aller Zeiten, glaub ich Das ist Game 2 Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das Game 2? Obwohl, es ist egal Wir gewinnen Weißt du, hätte ich das gespielt Hätte ich schon zweimal Game 2 gehabt Hätte ich auch Diebs geben? Ja, natürlich Nein, keine Diebs Komm, du sagst Diebs Du sagst Diebs Pick ihn, Opis Pick ihn, was er braucht Er hat Matt auf den Screen gespuckt Das ist echt widerlich Du hast dein Leben geschmiert Pick ihn, was er braucht Ja, auf der Seite Danke, das hab ich mitbekommen Jaaa Oh, den Scho, Mann Gibst du uns Tipps oder nicht? Komm, wir gehen Meins gewonnen Ja, super Spiel besser Oh! Schneller Spielen Du krieg Gulasch everyday Niro, Niro Everyday I'm Gulasching Fick der Pummelhof, Mann 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 Du kannst das doch gewinnen! Da hab ich doch nichts dafür, dass du nicht mehr so geil wangen kannst wie ich! Du langst ein Röst! Ey Gunz, ich hab gute, schlechte Nachrichten! Wie gut ist, ich hab deine Sachen im Match! Ofes! Let's go, Ofes! Mach Pause aus! Pause aus! Pause aus! Pause aus! Pause aus! Pause aus! Du wirst das eh nicht brauchen, Ofes! Ich krieg ihn jetzt, was er braucht! Pause aus! Du musst erst reindrücken! Pause aus! Ofes hört nicht auf, ein Wichser zu sein! Sei die ganze Zeit über ein Wichser, dann gewinnst du das! Wichst ihn richtig! Ja, wichst ihn, mein Ofes! Viel zu wenig Wichser gewesen gerade! Viel zu wenig Wichser! Wichser sein, genau so! Mach mehr Bomben! Oh mein Gott, der Boomerang, Alter! Mehr Freunde! Mehr junge Freunde! Junge Freunde! Junge Freunde! Junge Freunde! Ey, Maxi, sag mal, können wir wieder rauchen? Maxi, Maxi, können wir wieder rauchen? Oh! Ein Bösi! Obes, sei nicht dumm! Sei einfach clever! Oh, sei der Wichser! Seid der Wichser, Obes! Sei der Wichser! Es steht übrigens 1-1, Leute! Ah ja! Sehr gut! Obes, du hast das alles in der Hand! Fahr das einfach nach Hause! Sei so cool, Wichser wie du deinen sagst! Obes, sei der Wichser, Obes! Leute, drückt mal eins, wenn ihr denkt, dass wir alle geistig sind beim Commentary! Die Tür ist zu, Thomas! Die Tür ist zu! Warte mal, kannst du mal gucken! 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 Warte mal, einfach weiter gehen! Schau mal! 3xd, let's go Naga 89! Warte mal, kannst du mal gucken! Warte mal, kannst du mal gucken! 88! Obab! Microsoft Obes, der König der Recovery! Microsoft! 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 Let's go! Eigentlich sagst du das nur, weil du Elix 2 möchtest, und das in der Microsoft Arena war! Ohhhh! Jawoll! Hier zwei eigentlich! Hängst du auf jeden Fall, du Hure! Ohhhh! Ofes! Du gegen Alex! Fick ihn, Alter! Du bist mein Moneymaker! Du und den Lemutenkick! Ihr seid meine Moneymaker! Auf geht's, Fuchs! Woftage gegen Nudelsuppe! Nicht schreiten, Ratte und Max! Bitte! Schön, Ofes, schön! Ofes, einfach clever bleiben! Nicht doof sein! Nicht aggressiv! Bleib clever! O.B. Kannst du's raus machen? Nudelsuppe gegen O.T.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.? Ja Mensch! Ohhhhhhhhhh! Bleib clever! Bleib clever! Ufes, sei der Wichser! Ufes, sei big brain! Pick ihn, was er braucht! Mach die Pause wieder an! Fick ihn, was er braucht! Fick ihn, was er braucht! Fick ihn, was er braucht! Jaaahhh! Wichs! Auf geht's, Bugs! Obis, wenn du ein Hund sein musst, dann musst du auch bellen. Bell ihn an, Obis! Hauptsache du beißt nicht. Ich spüre, er gebe ich jeden Ball auf. Bell-Einsucht. Hu, 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 hu! Obis! Ich hatte das halt auch genau gerade im Buch. Obis, du Mann, eher nichts. Du, nichts! Ich, alles! Digga, ich mein, guck dir mal an, wer das Gemüse zieht. Was heißt denn SJWs eigentlich? Social Justice Warrior. Ah, was wusstest du das nicht? Das ist Super Juice. Super Juice? Die ganzen SJWs. Die ganzen Super Juice, Alter. Ja, Mann! Let's go, Bugs, komm, Binky! Komm, Obis, komm, Obis! Du hast das drin, du hast das drin, Digga! Komm! Nimm mit! Hey, worum geht's im Chat? Tu's für München! Das weiß keiner so genau. Lass einfach stehen. Tu's für München! Tu's für München! Oval Office! Oval Office! Barack Obama! Warum hat er so gute Chances, der Typ? Nein! Weil sein Name viel zu gut ist. Er ist ein Gästiger, ein kartonischer Gästiger. Gästiger! Sein Name ist halt so... Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Komm, Obis, pick du das jetzt auf! Obis, pick in! Let's go, Bugs, Bum! Obis, sei einfach smart, Digga! Sei einfach smart! Lass dich auf seine Scheiße ein! Sei smart! Wie ist dein Youngling genauso gut wie dein Pupp? Ich verstehe überhaupt nichts daran. Der Youngling ist besser. Weil der ihm mehr Spaß macht! Digga, das... Nicht gierig! Nicht gierig! Du bist dumm! Komm, Mann! Digga! Oh! Oh! Let's go! Oh! Oh! Explosion!